Hi, ich bin AmiKF-Freunde und wir spielen heute wieder eine Runde Stummelgast-Freunde. Der Support aktuell bei den Stummelgast-Fideos ist geisteskrank. Freunde, gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go! Okay, Sue. Ja? Bevor wir beide in ein Battle reingehen, ja, würde ich sagen, holen wir doch mal einen Special-Skin, oder? Ich weiß, guck mal, so lange kann Stummelgast-Skin nicht spielen. Ich sag mal so, Bro, ob du jetzt welchen Special-Skin bekommst hier, bezweifle ich. Aber ich richte da die Daumen, warum nicht? Ey, ich hab so Bock auf den goldenen Piraten und irgendwie... Oh mein Gott, kurz vor... Ich dachte gerade... War du mein Special-Skin, oder was? Bro, das wäre der vierte... Nein, oder? Ey, Bruder! Zwei Special-Skin hast du gerade nicht bekommen, oder was? Digga, das ist gerade ein Joke. Als Entschädigung bekomme ich doch einen, oder? Bro, also ich sag dir echt, das ist schon richtig. Was gerade wieder passiert. Ey, das... Da sind wir einfach wieder diese Abzocke hier. Und der wird schon wieder gezeigt. Widerleg... Aber auch... Ey, den hatte ich noch nicht. Einfach einen legendären neuen... Boah, Blitzy wird wieder gezeigt. Ja, ja, ja. Also... Wollen wir noch ein paar? Ich glaube noch fünf. Boah, hast du mitgezählt. Und, und, und? Hast du mitgezählt? Krieg dich der Hase. Lange, schmale Nase. Den hab ich aber auch schon. Guck mal, ich würde mich auch freuen über... Ich hab alle epischen. Also episch hab ich alle. Mir fehlen nur zwei legendäre jetzt noch. Also eigentlich wäre ein Special Skin angebracht. Wäre auf jeden Fall praktisch. Wäre... Wäre gut, wäre gut, gut, gut. Würde ich dir sowas von gönnen, ne? Ja, okay. Ich glaub, das war's mit den Tricks, ne? Ne, der letzte noch. Komm, 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 komm. Daddy Rob... Er kriegt sie nicht. Du hast Stani bekommen. Guck mal, ein neuer Legendärer. Hey, das ist Stani, das Schwein? Ja, du hast einfach Stani bekommen. Geil. Freunde, Sue und ich gehen jetzt in ein 1v1. Und wenn wir die Map Laser Tracer bekommen, dann versuche ich euch da einen Trick zu zeigen, womit ihr jede Runde gewinnt bei dem Minispiel, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen in die Runde. Let's go. Okay, Sue. Wer als erstes von uns beiden drin ist, ne? Ja. Oh mein Gott. Warum wärst du da direkt? Bro, ich wollte dich boxen. Ich hab's so Karma bekommen. Ich sag dir ehrlich, du hast gesagt, du bist gut. Hä, ich bin... Ey, Realtalk, ich bin richtig gut. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast aus der Zahnbelage. Ich bring auch bald ein Buch raus. Tipps und Tricks in Stample, guys. Bro, also ich hätte wirklich mehr von dir erwartet. Hä, du bist durch? Vor allem, dass du so große Töne gespuckt hast. Klar bin ich durch. Ja, also eh... Komm mal... Jetzt kann ich mal sagen, auf Wiedersehen. Du bist echt direkt reingelaufen. Oh mein Gott. Ja, ach... Erste Runde bist du... Komm mal, er wollte mich boxen. Unnötig. Schade. Ich wollte dir einfach ein bisschen Zeit lassen, dass du als erstes drin bist. Für dich, weißt du? Bam, 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 bam. Sue, eben gerade warst du erster, ja? Komm mal, komm mal, komm mal. Siehst du das? Siehst du das? GG, Bro. GG. Oh mein Gott. Hast du dich gerade auch so durchgepackt? Kann ich nicht wegboxen? Hä? Ich konnte dich davor nicht wegboxen. Junge, warum, Junge? Aber musst du mich nur endlich boxen, Junge? Du wartest das. Siehst du das? GG. Ich komme da trotzdem durch. Hast du gesehen, wie ich da durchgekommen bin? Guck, guck, guck. Hast du das gesehen? Not bad. Ja. Alles gut. Das war... Die Runde geht vielleicht an Mr. MBK? Habe ich doch gesagt. Aber das werden wir gleich ändern. Das einzige... Bro, nein. Du bist ein Loob. Nein, 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 nein. Also, wenn du jetzt nicht weiterkommst, ne? Also, real talk. Also, warte. Ganz peinlich. Sue, Troll, Leute für mich. Suezie. Suezie. Nein. Ey, also, Leute, das ist mir noch nie passiert. Ey. Bro! Komm, habe ich die wegboxen, Bro. Komm, habe ich die wegboxen. Und weg mit euch. Ey, ich bin ja am Husten. Ich bin am Husten. Also, Mr. MBK, Sie müssen sich auf jeden Fall ein bisschen ready machen. Ich sporte mich. Ich sporte mich. Komm, den einen habe ich sogar weggeboxt für dich. Oh mein Gott. Komm, Mr. Clown. Bro. Also. Also, MBK, jetzt wird es langsam ganz lächerlich. Bruder. Oh mein Gott, ich küsse dein Auge. Nicht nachmachen. Also, ich sage, ich sage, so wie es ist, eigentlich, vielleicht gewinne ich wenigstens das Finale, Freunde, wir gehen ins Finale. Let's go. Oh mein Gott, Sue. Oh mein Gott, es ist sogar das Spiel, wo man sich anscheinend, ich habe Angst, es zu testen. Wenn ich weit komme, dann teste. Oh mein, ich bin gerade fast runtergefallen wegen dir. Freunde, auf dieser Map ist es möglich, dass man einfach auf den Rand der Map kommt. Wusstest du das, Sue? Hä, wie kann man das machen? Ja, ich glaube, mit einem Perfect Jump von hier nach dort, aber ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Probier es nicht aus. Warte, 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 warte. Das ist nicht dein Ernst, Bro. Das ist nicht dein Ernst. Doch, probier es aus. Das ist doch nicht dein Ernst August. Kennst du Ernst August? Ernst August, na klar, das ist der Bruder von Ernst September. In Hannover gibt es eine Galerie, was heißt, was Ernst August heißt. Deshalb sage ich das mal. Hey, lol. Oh mein Gott. Ey, ich probiere gleich den Trick aus. Soll ich den Trick probieren? Trau dich doch. Ich probiere den Trick. Nein, es ging nicht. Bro, und da sieht man Leute wieder. Oh, it's going on. Es ging nicht. Freunde, wenn ihr wisst, wie der Trick geht, sagt mal Bescheid. Schreibt mal in die Kommentare, wie der geht. Ich weiß gar nicht, wie der geht. Lol. Aber, Sue, bevor wir in die nächste Runde gehen, ich öffne nochmal ein paar Packs. So, wir gucken hier. Nein, wir wollen nicht. Da geht ihr rein. Okay, Sue, siehst du es? Ich sehe es. Ich bin bei dir. So, ich kann nicht viele aufmachen, weil ich bin pleite. Ich sage mal so, ich drücke dir die Daumen, dass du mit deinem... ...und 210 Coins vielleicht so einen richtig schmackhaften Skin bekommst. So einen schmackotastischen Special Skin? Das wäre so lecker. Das wäre so lecker. Bitte. Haben wir schon. Also, über Episch freue ich mich schon gar nicht mehr. Da lohnt sich jetzt, er mittlerweile sogar schon die Normalen aufzumachen. Oh, Mr. Dragon. Den habe ich schon. Mr. Dragon Man ist... Aber Mr. Dragon würde dir halt nochmal gute Coins geben, deshalb, weißt du? Das stimmt, 700 Coins. Ein Duplikat sind 700 Coins. Das heißt, das ist krasse. Also, gerne mal ein Spaces gehen nochmal her. Einfach die gute Princess bekommen. Princess Peach. Sagst du, du bist verliebt oder was? Ich bin verliebt in die. Guck mal, Dr. Eggman. Die nächste ist Princess. Alles Duplikate. Ja, ärgerlich. Aber ein kleines Opening geht noch hier. 105. Okay. Das wäre... Das wäre das Neuplus Ultra. So knapp bei ihm heute die ganze Zeit. Bruder, das ist so lächerlich. Das macht Sammelgeist mit Absicht. Das ist so dieses Bruder 50 Euro. Boah, hast du Euro Suzy's Bruder geribelt? Ey, wie? Bro. Oh, das ist lächerlich. Nein, 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 nein. Okay, das ist nicht sein Ernst. Ja, ja, ja. Wir gehen in die nächste Runde. Okay. Suzy to the Musi. Du nimmst mich Suzy? Ich habe hier einen Trick. Oh, hast du meinen Trick gesehen? Ja, habe ich. Warte, lass mich doch los! Ich habe vom Battle Pass den neuen Emote gekauft. Ich sage es dir nochmal, ich will nicht von dir umarmt werden. Hast du schon den Battle Pass gekauft? Tatsächlich noch nicht. Also, Battle Pass ja, aber den neuen. Oh mein Gott. Das war clean. Der neue ist auch wichtig. Oh mein Gott, da hast du Glück gehabt. Und ich hole mir wieder den Sieg, weil du wieder so Sachen riskieren musst. Guck mal, Trick 17. Ach, schade. Guck mal, Trick 17, weil du so Sachen riskierst. Ja, Bro, man muss halt manchmal auch riskieren, ne? Sagst du, ohne Spaß kein Fun? Ohne Fun keinen Preis. Ohne Spaß kein Fun, Suzy? Ich warte hier auf dich. Du wirst hechten. Und, bam! Oh mein Gott! Guck mal, ich wollte dich einfach nur umarmen. Oha, okay. Ich mache sowas nicht. Ich gönne Suzy natürlich jeden Win, Freunde. Wir gehen in die nächste Runde. Let's go. Suzy, die Map des Maps. Der Maps. Hier gibt es so viele Abkürzungen. Ey, ich kann mich nicht bewegen! Ja, das passiert, wenn du raus-taps. Das passiert, wenn du raus-taps aus dem Spiel. Das muss ich jetzt deswegen nicht mehr gewinnen, oder was? Das glaube ich. Also, ich glaube, du gewinnst es nicht mehr. Oh, das ist ehrlich. Ey! 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 Su, du cheatest doch! Oh mein Gott, also, wenn ich jetzt wieder gewinne, ne? Nimm deine Lakaien weg von mir. Ich sag dir ehrlich. Ich habe gerade sogar die Möglichkeit gehabt, nichts zu machen, weil ich rausgetappt worden bin. Das ist eine Lüge. Ganz ehrenlos. Oh mein Gott, the plays are real. Stays to the plays? Aber das war von dir sogar gut. Sag ehrlich. Mach ihn kaputt. Oh mein Gott. Du weißt, wie man den Count hat. Warum weißt du sowas? Ja, Su, talk. Oh no, beautiful! Was? Ich habe wieder gewonnen. Ey! Ich habe wieder gewonnen. Aber Bro, du cheatest doch auch. Ach, nein. Ja! Hihi! Da wolltest du mir! Achso, das ist nicht mal Finale. Das ist nicht. Dachtest du gerade Finale? Nein, das Finale kommt jetzt. Das gewinne ich. Okay, Lava Land. Äh, bin ich rausgetappt? Ohne Boxen. Ich bin wieder rausgetappt! Ohne Boxen. Ich hätte dich rausschmeißen können. Ohne Boxen. Boxen, Boxen. Okay, ohne Boxen. Außer die Randoms, die kann es einfach rausballern. Die... Ach, du nennst unsere Zuschauer Randoms? Ey! Was sagst du da? Oh! Fast runtergefallen. Das sind Ehrenbrüder und Ehrenschwestern. Ehrenschwestern. Bratinas und Bratuchas. Bratans. Bratans. Geh weg von mir. Ich boxe dich nicht, habe ich gesagt. Aber der Feuerwehrmann, guck mal. Ich denke, der denkt auch, der ist hier mitten in seinem Element wegen Feuer. Ich will dich nicht umarmen. Geh weg von mir. Geh meine Umarmung. Guck mal, jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du ein dickes Problemchen. Tiusi, gib mir eine Umarmung. Oh mein Gott. Tiusi. Er ist der Größte. Bisschen dies, bisschen das. Oh mein Gott, darüber. Wir haben gleich... Jetzt wirst du langsam anfangen zu schwitzen, mein Freund. Ja, ich schwitze schon. Geh dir da rüber? Ich schwitze schon. Hier ist es so heiß. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. Check the flow. Steck den Finger... Wie bitte? Was? GGs. Krieg ich eine Umarmung? Auf gar keinen. Freaky guy. Oh, 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 oh. Okay, guck mal. Wegen dieser Aktion werde ich jetzt rausziehen. Oh mein Gott. Hä? Warum ich, Digga? Das ist so lange her gewesen. Er sagt zu mir nicht, um... Bro, trotzdem, wegen dir... Konnte ich ja nicht mal da raufjumpen und das Ding ging immer höher. Ja, ja, ja. Genau. Oh, Freunde, ich habe eine Runde gewonnen. Sie hat eine Runde gewonnen. Hey, ich habe doch gar nichts gemacht. Diese Plattform kommt raus, Mann. Diese Plattform kommt raus und du hailst mich die ganze Zeit, als ob ich deine Frau wäre. Du, ich dachte... Bist du nicht? Freunde, wir machen jetzt noch eine Runde und wir laden die Profis der Profis aus der Community ein. Und vielleicht gewinnt er trotzdem mich oder Sue. Let's go. Sue, es gibt ein Problem in der Runde, die ich dir jetzt schon direkt sagen kann. Es ist eine Person drin, die die beste Person ist, die ich kenne. Die sind im ganzen Spiel, oder was? Ja, das... Welte KD? Ja, weil... Wöchtest du deinen Namen wissen? Jeder kennt ihn. Jeder kennt ihn? Ja. Ist er in der Stumbleguys-Szene bekannt? Der ist auch in der Bekannte in der Stumbleguys-Szene. Und der wird mir zum Win verhelfen. Dusan, wenn du das hörst, helf mir zum Sieg. Dusan, er ist der Größte. Dusan. Oh mein Gott. Das war clean, Leute. Wer bist du? Professional Haircare for you. Das war weniger professional. Ich bin drin. Ich bin auch drin, Bro. Ist ja nichts Leichtes hier, oder? Habe ich dich umgewoxt gerade? Auf Wiedersehen erstmal. Ich weiß nicht. Irgendeiner hat mich auf jeden Fall aufwecken. Oh, ich bin hype. Kleiner Panda. Wasserrutsch. Weiter geht's. Oh no, beautiful. Bro, ich wurde fast runtergeschubst. Also ich sag euch, die Skills sind gerade auf einem anderen Level. Jep. Bei allen. Nein, nein, nein. Bei allen sind die gerade. Problem, ich kenne mich halt hier nicht mit der Map aus, Bro. Oh mein Gott. Ich habe gerade. Ich weiß nicht, wo war welche Abkürzung ist. Keine Ahnung. Bro, das könnte dein. Das könnte dein Verdammnis sein, ne? Ja. Mach dir einfach nach. Oh, das war gut. Das war gut. Das war clean. Das war wunderbar. Das war emotional. Nein. Das war. Oh mein Gott. Das war fleißig. Das war versunken. Ich bin drin gegen solche Schwitzers, Juhu. Und ziemlich. Wo bist du? Er hat mich rausgekickt. Wo bist du? Ich muss es weiterschaffen. Für Gryffindor. Nein. Oh mein Gott. Bist du weiter? 10 Points für Gryffindor. Gryffindor. Checkst du das? Wir sind nur mit Profis in dein Lobby und wir sind weiter. Bro, das zeigt einfach die Klasse von uns. Das ist echt, echt, echt wild. Ich hoffe... Was wird auch am Start? Ich bin morgen bald. Kein Laser. Oh mein Gott. Honey, komm. Honey, drop. Endlich mein schönes Finale. Nein. Lass ich es mir schmecken, Freund. Ich mag das gar nicht. Magst du es nicht? Nein. Du bist ein Ninja-Skin, ne? Einfach Fallgeist, Bro. Fallgeist. Tricks anwenden. Bam. Bam. Ich werde direkt geboxt. Also dieses... Stream snipen, weiß ich nicht, Bruder. Weiß ich nicht. Oha. Was ist das für ein Ninja? Der wird von mir auf jeden Fall gefokust. Weg mit dir, Junge. Ich habe mir runtergekickt, Bro. Alles gut. Dein Ninja ist ein netti. Nee. Oh mein Gott, bist du runtergefallen? Ich bin in der Luft hechten. Ja. Weil ich dachte, ich kann hechten. So wie ein Vollgeist. Gib sie mir eine Umarmung. Oh mein Gott. Auf gar keinen Fall. Machst du das ein bisschen sogar zu schnell, meiner Meinung nach? Komm, wir lassen uns kurz mal Zeit. Drachi, Avachi. Da. Das ist das Streams. Ah, er ist runtergefallen als erstes. Ähm. Siu? Warte. Du bist dich, war der Geheim? Ich muss meinen Orangensaft konzentrieren. Für Orangensaft konzentrieren. Bitte. Stopp. Bitte. Nein. Hühnchen. Nein. Nein. Ey. Okay, ich will auch noch sehen, wer es gewonnen hat. Ich will noch sehen, wer es gewinnt. Scheiße. Da, guck mal, Dusan. Der Typ, wo ich meinte, er wird gewinnen. Hat er wieder gewonnen, oder was? Er hat gewonnen. Er ist der krasseste Spieler, den ich kenne. Meine Damen, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne, gerne ein Like da lassen, Freunde. Lieben, lieben, gerne das Rehab checken, Freunde. Der liegt aktuell auch auf dem Kanal, den ich euch verlinke. Stumblegeisthof, Freunde. Lasst Liebe da. Wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Hau da rein. Peace. Bis zum nächsten Mal.